Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 6. Mai 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1002 und heute mit den folgenden Themen. Deezer, Harmony OS, Infuse 7, Android Tablets, Fuchsia E1 und 7590 AX. Es gibt viele Buchstaben und Zahlen, die für den einen oder anderen nicht allzu viel Sinn ergeben, aber das löse ich jetzt gleich auf. Gestern per Twitter angekündigt, muss sich die Folge leider ausfallen, für all diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben. Es tut mir leid und auf weitere viele tolle Tage hier in der Daily. Ich beginne gleich mit Deezer. Der französische Streaming-Anbieter hat einen neuen Geschäftsbereich für sich entdeckt. Und das sind Live-Konzerte. Wie tut man das? Man hat sich ein Start-up aus Amerika gekrallt, nennt sich Dreamstage, was im letzten Jahr auf den Corona-Zug aufgestiegen ist. Die streamen nämlich Live-Konzerte in Zeiten wie eben diesen, wie heute, wo man solche Dinge nicht live vor Ort anschauen kann und oder konnte. Im letzten Jahr haben sie bereits 50 Shows veranstaltet und somit hochwertige Musik, Live-Musik in die Wohnzimmer der Fans gebracht. Und davon soll es noch viele mehr geben. Und deshalb hat Deezer für sich das entdeckt, um da eine Marktlücke zu schliessen, was sie noch nicht haben. Live-Konzerte, die dann vielleicht in einem zusätzlichen Abo oder im normalen Abo mit drin sind. Und wieso nicht, finde ich auf definitiv nicht der verkehrte Weg, weil wir werden sicherlich in Zukunft ein paar Dinge anders machen bekommen sehen und haben, als wir das bis jetzt gewohnt waren. Weiter geht's mit Huawei. Die haben nämlich die Version 2.0 ihres Harmony OS gezeigt. Und mittlerweile schon seit der Version 1.0 weiss man, dass das leider nur ein einfaches Android ist, ohne Google-Dienste, mit ein bisschen Huawei Emui oben drüber. Emui ist ja die Oberfläche, die Ansicht, wie es Huawei für sich macht. Gleich wie Samsung ihre eigene Oberfläche hat, mit dessen Namen mir jetzt gerade nicht mehr einfällt, spontan. Und so jeder dieser Android-Hersteller einen eigenen Launcher quasi oben drauf hat. Und ja, ich hoffe ja nach wie vor, dass das Ganze nur irgendwie so speziell ist und das richtige Harmony OS noch kommen wird. Weil es soll ab 2021, und zwar im Juni diesen Jahres, schon auf die ersten Geräte kommen. Deshalb bin ich sehr gespannt. Optisch ist wie immer Geschmackssache. Ich finde, es sieht ein bisschen aus wie ein typisches Android, aber mit der Optik von, nicht von iOS, sondern von macOS, der neuesten Version. Hat irgendwie was, auch mit den Möglichkeiten von Gestensteuerungen, wie man es von iPadOS her kennt. Auf jeden Fall, ja, das, was ja Emui schon immer war, eher in Richtung Apple als in Richtung Android. Mir gefällt es jetzt nicht schlecht, definitiv nicht. Ich könnte mir vorstellen, damit zu arbeiten und das ein bisschen genauer auszuprobieren. Wer davon ein Video anschauen möchte, wir haben auf daily.geektalk.ch ein Video dazu verlinkt, wo ihr euch das Ganze anschauen könnt. Sprachlich auf Chinesisch wäre Sprache nicht mächtig ist. Bilder zeigen mehr als Worte, glaube ich. Und vor allem in dem Fall. Dann gibt es Neuigkeiten um Infuse. Infuse 7 ist erschienen. Wem das jetzt nicht sagt, das ist ein alternativer Medienplayer, der vor allem unter der Apple TV sehr viel Sinn macht. Aber auch auf dem iPhone und auf dem iPad. Denn logischerweise funktionieren auf normalen Wegen im Apple-Universum einfach die ganzen Videos und Filmangebote, die man halt so kennt. Aber wenn man Dinge abspielen möchte, die man auf dem NAS hat oder auf einer Festplatte, auf einem Rechner, irgendwo im Netzwerk und das dann da wiedergeben möchte, da braucht man Alternativen. Und eine dieser Alternativen, die sehr gut funktioniert auf eben genannten Geräten, ist Infuse. Die Version 7 ist nach wie vor ein Abo-Modell. Man kann es kostenlos nutzen, sobald man aber Mehrwertfunktion nutzen möchte. Und dazu gehören eben weitere Videoformate, die von Apple nicht abgedeckt werden. Google Cast, Sync oder Cloud Streaming sowie Airplay etc. Dann darf man sich ein Abo lösen. Das kostet 99 Cent im Monat oder 9,99 Euro im Jahr. Hier habe ich die Schweizer Preise gerade nicht griffbereit. Oder man kauft sich das einmalig, indem man 70 Währungseinheiten in den Topf schmeisst. Und dann bekommt man lebenslang die Updates mit hinten nach. Für Mac-Benutzer auch schön. Das Ganze gibt es nicht nur mehr für Intel, sondern eben neu jetzt auch für die M1 Macs. Also die auf dem Apple Silicon basierenden Mac-Geräte. Kann man auf jeden Fall machen, wenn man wie gesagt eigene Filme im Netzwerk hat. Und nicht einfach nur irgendwie Netflix oder solche Geschichten nutzt. Auch Google hat erkannt, dass dieses Tablet aus dem Hause Google mit Android drauf vielfach zu einem abgestaubten Gerät oder eben nicht abgestaubten Gerät, sondern ein Gerät, das anstaubt geworden ist. Weil zum einen die Updates fehlen, zum anderen die Apps hässlich sind etc. Und vor allem die meisten Leute eh damit nur irgendwelche Filme, Video oder Kurzvideos etc. konsumieren. Und deshalb haben sie jetzt für vorerst mal Geräte aus dem Hause Lenovo und noch einen Hersteller gemacht. Das Ganze ist eine Art Oberfläche, die oben drauf kommt. Nicht komplett das ganze Android überdecken, sondern einfach ein Teilbereich vom Launcher sind, womit man dann eben Medien einfacher wiedergeben kann. Ob das dann das Ganze retten wird, vor allem weil da im Untergrund ja noch immer ein uralt Android ist, mit Sicherheitslücken etc. Ich bin ja mal gespannt, wie viele Geräte sich damit reaktivieren lassen und ob Google das auch auf andere Geräte bekommt, wie zum Beispiel die von Samsung, von Huawei etc. etc. Und PP. Vielleicht auf meinen HTC da hinten, das eigentlich ganz ein tolles Gerät ist, aber seit es draussen ist, kein Update mehr bekommen hat. Aber das ist eine andere Geschichte. Dafür vor kurzem, ich glaube vor zwei Tagen ist es jetzt her, hat Google ja den neuen Hub in der Version 2, den Nest Hub, auf den Markt gebracht. Respektive bei uns in der Schweiz hat er vor zwei Tagen gestartet. Bei euch in Deutschland zum Beispiel ja schon knapp einen Monat davor. Und den gleichen, aber das alte Modell hat Google jetzt zum Zertifizierung ausgerufen, bei der FCC in Amerika. Und interessanterweise steht da nicht eben das mobile Versionsbetriebssystem, also Android drauf, sondern da steht drauf, dass ein Fuchsia 1.0 ist. Jetzt geht natürlich die Spekulationen wieder los, wie in den letzten Jahren immer kurz vor der Google I.O. und eigentlich komplett durch das Jahr verteilt immer, dass Fuchsia vielleicht an der Google I.O. gezeigt wird. Was ist Fuchsia? Für all diejenigen, die nicht wissen, was das ist, das soll die grosse Nachfolge sein von Android und Chromecast, also Chrome OS besser gesagt. Also das Betriebssystem aus dem Hause Google für alles irgendwie, mit Updates und so weiter. Hoffentlich dann. Wir werden es mal sehen. Ich glaube nach wie vor, das ist ein riesen Hype um ziemlich gar nichts. Zumindest nicht in den ersten zwei, drei Versionen. Mal schauen, was dann nachher draus wird, wenn dann die einzelnen Hersteller draufspringen werden und oder auch nicht. Hängt natürlich immer dann von der Möglichkeit der Veränderbarkeit, den eigenen Launchern etc. ab. Dann gibt es Neuigkeiten aus dem Hause Acara, also genau genommen somit Xiaomi. Die haben ja im letzten Herbst einen neuen Hub vorgestellt für die Zigbee etc. Also den ganzen Smart Home Bereich, der auf den Namen Hub M2 gehört hat. Da warte ich immer noch auf mein Testmodell. Und jetzt gibt es schon wieder ein neues Modell, der hört auf den Namen Hub E1. Das Ganze ist nicht wie so einen runden Pack, den man direkt in die Steckdose steckt oder mit einem Stromkabel versieht und dann so einen kleinen Pack betreibt. Nee, das ist ein länglicher Stick. Schaut ein bisschen aus wie ein überdimensionierter USB-Stick. Und genau sowas ist es nämlich auch. Es ist ein USB-Stick, den ihr euch irgendwo an einem Rechner, an einem NAS, irgendwo wo einfach ein freier USB-A-Port ist, der ständig da ist, eingesteckt werden kann. Es gibt ja auch Wandmontagen, wo man das direkt an der Wand dann schlussendlich anmachen kann. Und eins solcher ist eben dieser neue Hub, der auf den Namen E1 hört. Ich bin mal gespannt. Ist natürlich abgespeckter in den Funktionen und Möglichkeiten, aber definitiv auch ein Einstieg in noch günstigerem Weg, den sie da anbieten. Zu guter Letzt habe ich Neuigkeiten aus dem Hause AVM. Die haben nämlich die Fritzbox 7590 vorgestellt. Wer jetzt denkt, die gibt es ja schon lange, das ist korrekt. Jetzt haben sie sie erweitert um zwei Buchstaben, nämlich die Fritzbox 7590 AX. Was ist da jetzt neu? Ja, ihr habt jetzt WiFi 6 mit integriert. Die tolle Box, die schon seit, ja, keine Ahnung, zwei Jahren jetzt, eineinhalb Jahren, mehr als ein Jahr, bei uns im Büro, aber auch zu Hause einen tollen Dienst verrichtet, genau die kommt jetzt mit WiFi 6 Unterstützung. Na dann, ich freue mich, weil ich habe ja mittlerweile schon einige WiFi 6 Geräte, also Endgeräte, die damit rumfunken und die können natürlich dann davon profitieren. Weitere Details, wie auch Möglichkeiten, um Smart Home Produkte anzubinden, ich habe es euch in der daily.geektalk.ch oder im Podcast für euer Vertrauens verlinkt. Weitere Testberichte in dem Bereich. Das war es mit der heutigen Sendung. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Euch noch einen schönen und erfolgreichen Tag und wenn ihr mögt, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. In diesem Sinne, bis bald. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Bogipsi. 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 Bogipsi.